Was ist das? Ein Buch mit große Geschichten. Erzähl mir eine Geschichte. Hey, was ist da los? Tommy ist verschwunden. Tommys Name stand in dem Buch. Das hängt nicht irgendwie zusammen, oder? Aber was, wenn alles, was in dem Buch steht, tatsächlich passiert? Oh nein. Augie? Stella! Du bist in der nächsten Geschichte. Bitte sei vorsichtig. Es geht um eine Leiche, die ihren verlorenen Seesuch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Review-Episode von Planet Film Geek. Ich habe Lie bei mir. Hallo. Und den Joe. Hallöchen. Und wir reden über einen Film, über den wir schon mal geredet haben, aber heute vielleicht ein bisschen ausführlicher, mit noch einer dritten Meinung. Wir reden über Scary Stories to Tell in the Dark. Stella! 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 Ein Film aus 2019 von André Oeuvredal. Oeuvredal? Oeuvredal müsste es sein, oder? Ich habe auch gerade überlegt. Ja. Ja, ich glaube. Ich glaube Oeuvredal. Ja. Mit Zoe, Margaret Coletti, Michael Garza, Gabriel Rush, Austin Abrams und Dean Norris noch in einer witzigen kleinen Rolle. Oh, und Austin, Sahur. Und es geht um kleine Episoden, mehr oder weniger, die zu einem großen Film zusammengeschnitten werden, das an die Kinder- und Jugendbuchserie Scary Stories to Tell in the Dark angelehnt ist, die angelehnt sind. Das war ein komischer Satz. Genau. Wir beide haben schon viel drüber geredet, Joe. Deshalb, Lee, du hast den Film kürzlich gesehen. Ich habe ihn gestern in der Sneak Peek gesehen. Und ich muss sagen, dafür, dass ich eigentlich absoluten Schrott erwartet habe, bin ich echt positiv überrascht, muss ich sagen. Also was ich auch interessant fand, ich saß in der Sneak Peek und dann kam gar nicht der Titel vom Film. Das kam erst ganz zum Schluss. Das fand ich auch ganz lustig. Also ich saß die ganze Zeit da. Also schon dieser Scary Stories to Tell in the Dark, oder? So bis zum Ende. Ach ja, wahrscheinlich. Boah, ja. So ging es mir mit Vox Lux. Das habe ich ewig nicht kapiert, um welcher Film da jetzt gerade kommt. In das Sneak Preview mal. Nicht optimal für Sneak Previews. Nee. Ja, ich habe halt geguckt, weil es ist immer ein Film, der so circa zwei Wochen nach zwei Wochen kommt. Und habe geschaut, so was könnte da rauskommen. Da war ein Haunted, Scary Stories to Tell in the Dark und noch zwei, drei. Und ich so, welcher ist das jetzt? Weil es nicht so eindeutig war. Und ich habe ein bisschen was für einen Trailer gesehen. Dann spätestens bei der Spinnenszene wusste ich Bescheid. Aber, also fällt es nur mir auf? Oder sind jetzt Kinder in der Lead-Rolle einfach nur ein Trend? Ich meine, spätestens seit It. Ich frage mich jetzt, It war... Ich sag's halt, Stranger Things. Es ist voll durch die Däcke gegangen. Ja, Stranger Things. Und It war ja relativ... Ne, wann war der erste It? Vor drei Jahren? Ja, Stranger Things war schon vor It. Ja, das stimmt. Finn Wolfhard war ja schon bekannt, als sie It gedreht haben. Right, 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 right. Ja, nee, richtig, richtig, richtig. Ja, Stranger Things hat das wohl losgedreht und das stimmt. Und auch alles so, was so ein bisschen Nostalgie dabei hat. Also ich habe den Eindruck, das ist so diese, genau, diese Nostalgiewelle, die dann dazu geführt hat, dass so Filme wie The Goonies wieder so in die Public Consciousness zurückgekommen sind. Und dann haben halt die Jungs, die, glaube ich, am meisten 80er Nostalgie von allen hatten, nämlich die Duffer Brothers, gesagt so, hey, machen wir doch einfach mal was draus. Und das hat halt... Also ich glaube schon, ja. Also ich finde es schon akkurat, dass Stranger Things das so ein bisschen angestoßen hat. Total, total. Ich habe noch eine interessante Sache. Also ich kann ja ganz kurz was zum Plot erzählen. Und zwar geht es um Kinder, die in Halloween nichts Besseres zu tun haben und zu einem Haunted House gehen. Also in einem Haus, wo es anscheinend spukt. Und da ist anscheinend ein Geist, die heißt Sarah Bellows. Und die haben natürlich nichts Besseres zu tun, als sie irgendwie zu reizen und ihre Sachen zu klauen. Und dann fängt natürlich alles an. Da sind ein paar Leute im Haus, nicht nur die Lead Characters. Und langsam passieren halt Sachen. Und die ganzen Kinder werden vor den Sachen umgebracht, vor denen sie am meisten Angst haben. Und so, da pausiere ich mal kurz. Und lasst euch überlegen, an was euch das erinnert. An Harry Potter. Ja, ich meine... An It? Ja, an It auch. Ja, aber ich meine, der ist ja für die alle dasselbe. Und ich denke da sofort an Harry Potter, an die Gnome. Wie heißen die, die dann zu dem werden, wovon man am meisten Angst hat? Oh, äh, den, ähm... Äh, shit. Die Schrankfücher. Oh mein Gott. Ja. Bloß du wirst halt von denen getötet. Alter, willst du mich verarschen? Im dritten Buch. Ich geb meine Harry Potter-Fan-Karte wieder ab. Ich hatte sie noch nie. Nee, stimmt überhaupt nicht. Ich bin ein Totaler. Es ist so irgendein Wesen. Diddiddidd-Wesen oder so ist das. Ich weiß, wie der Zauber heißt, mit dem man sie bandt. Ridiculous. Genau. Ridiculous. Boggart heißt die auf Englisch. Boggart? Ja, genau. Boggart ist auf Englisch. Und auf Deutsch habe ich es vergessen. Ich habe das als Kind auf Deutsch gelesen und dann halt die Filme auf Englisch gesehen. Deswegen, ja... Keine Ahnung. Ich komme erst nicht drauf. Ja, whatever. Aber, ähm, egal. Genau, daran hat es mich erinnert. So. Okay. Irrwicht. Irrwicht. So, genau. Das sind halt diese Viecher, aber halt mit dem kleinen Spin, dass sie einen umbringen. Ja, so ungefähr. Was ich halt cool finde an dem Film, was ein bisschen anders ist, ist nicht aber random, diese Sarah Bellows sich in das verwandelt, wovor sie Angst haben, sondern es gibt ein Buch, was sie klauen, weswegen sie ihn gereizt haben. Und damit dann sieht man halt live, wie die Geschichte geschrieben wird. Und die Lied liest das natürlich mit. Und sie retten sich gegenseitig. Und das ist so basically die Story, ohne irgendwie großartig zu spoilern. Oder auch halt manchmal auch nicht so, ne? Ja. Ja, genau. Es ist halt so, es ist episodenartig, was ja auch so auf diesen Büchern basiert. Ich weiß gar nicht, ob die Geschichten jetzt, die Geschichten, die im Film vorkommen, auf irgendwelchen Geschichten basiert, die in den Büchern vorkamen. Ja, laut Trivia alle. Ah, okay. Ja, das ist doch cool. Also wir, ne, und das waren ja auch so so Mini-Bücher, ne, so wie diese, wie die Goosebumps-Bücher oder so. Entsprechend kurz sind die Geschichten und entsprechend episodisch ist dieser Film, das Lustige ist halt, dass dieser Film ja drauf ausgelegt ist und man das irgendwie, ich das auch vornherein erwartet hatte. Deswegen hat es mich da gar nicht so gestört, wie es mich im ersten It noch so gestört hat. Obwohl ich den auch sehr mochte. Oder im zweiten auch noch viel stärker, weil es dafür mir aufgefallen ist, dass es so episodenhaft ist, ne? Aber, ne, also ich meine, so ganz allgemein, ich mochte Scary Stories to Tell the Dark ganz, ganz gut. Der war solide, es war so ein, wir haben es ja auf dem Fantasy-Filmfest gesehen und es war da der Rausschmeißer-Film, der, der, Allerletzte. Der, der letzte, keine Ahnung. Closer, ich weiß gar nicht, wie sie es dann genannt hatten. Abschlussfilm, Abschlussfilm oder so. Wie auch immer. Und war wahrscheinlich, aber halt natürlich so für das Fantasy-Filmfest der größte Film, einfach weil es eine große Studioproduktion ist und so weiter. Es ist jetzt von den ganzen André-Evredal-Filmen, die ich gesehen habe, der, der mir am wenigsten gefallen hat. Aber es liegt auch, glaube ich, mehr so dran, weil ich halt auch gar nicht das Zielpublikum für diesen Film bin. Weil das Zielpublikum für diesen Film sind definitiv Teenager oder junge, also junge Erwachsene, die das erste Mal so in Kontakt mit Gruselgeschichten oder Gruselfilmen, Horrorfilmen kommen. Und ich glaube, wenn ich den Film in dem Alter gesehen hätte, dann hätte ich ihn mega cool gefunden. So war er, also ich fand ihn jetzt nicht mega gruselig. Nee. Also gar nicht so wirklich. Was ich total schade fand, es gab, also was ich, was einerseits, also viele freuen sich drüber, dass es wenig Jumpscares waren. Aber dafür waren die echt schlecht. Also, ich glaube, einmal bei der Vogelscheuche hatte ich Angst und das war's. Und ich persönlich finde Jumpscares eigentlich ganz lustig. So ein Love-Hate-Ding, ich finde die einen ganz, 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 ganz fun im Kino, vor allem, wenn man ins Kino guckt. Aber die haben irgendwie nicht so gezogen. Ich meine, als dieses komische Krabbelfiech da kam und es plötzlich vor der Screen war, das hat nicht funktioniert. Und ich meine, die Leute um mich rum haben auch so die Angst nicht gespürt, die sie eventuell vielleicht hätten haben sollen. Ich weiß nicht, ob der Angst machen will. Ich glaube nicht, dass der wirklich, also, dass der, keine Ahnung, ich halte den für so ein, also, wenn man ihn so als erwachsener Mensch ansieht, dann ist es halt so ein Partyfilm, den man anguckt, um sich, ja, so, ja, lustiger Horrorfilm, so, so halt, ja, was sich sehr nach Halloween anfühlt und nicht irgendwie nach, okay, ein Film, der wirklich Angst machen will. Ja. Da würde ich jetzt auch nicht unbedingt zu klassischen Jumpscare-Filmen greifen, wenn ich um, wenn ich nach was suche, was mir Angst machen soll. Ja. Tatsächlich gab es einen Jumpscare, der mich total gekriegt hat. Ich bin mir nicht mehr sicher, warum, aber ich kann mich voll daran erinnern, nämlich, als die Leiche unterm Bett war und man, oh ja, das stimmt, der war auch gut. Oder er unterm Bett war und die Leiche ihn dann von hinten, also quasi von der anderen Seite vom Bett war, die Leiche, die er einen Zeh sucht. Ja. In der besten Episode. Ja, ich erinnere mich. Wegen Orgi. Ich habe eine Note dazu. Es geht um das Ragout und den fehlenden Zeh, aber im Ragout war auch ein Auge. Warum sucht die nicht lieber nach ihrem Auge statt nach dem Zeh? Vielleicht ist es ihr Lieblingszeh und der sieht eh nicht mehr so gut und das Auge war eh kaputt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ihr ein Auge gefehlt hatte. Ich glaube, das war einfach nur so zum Get it? Get it? Da sind Leichenteile drin. Ja, das war halt so, das ist ein ekliges, ein ekliges, ein ekliger Eintopf, ein ekliges Ragout oder aber. Und hier ist auch halt von diesen, keine Ahnung, vielleicht ist es auch Zeug von mehreren Leichen und nur diese eine Leiche ist halt auf der Suche nach ihren Einzelteilen, genau. Ja. Die anderen sind schon so zerfallen, dass sie gar nicht mehr laufen können. Ja, genau. Das wäre viel witziger gewesen, wenn dann so einzelne Teile sich so zusammengesetzt hätten. Ja, egal. Ich schreibe schon im Kopf irgendwie einen Film, den ich besser finde. Aber, also, ich fand ihn auch okay, aber ich glaube, es war auch unmöglich, ihn scheiße zu finden, weil, ich weiß nicht, ob du das weißt, Lee, aber das war unser absoluter Crowd-Favorit wegen einer einzigen Stelle dieser Film, weil der Trailer kam, ich glaube, also von den 50 Filmen, die wir gesehen haben, kam der Trailer mindestens bei zwei Drittel davon vorher. Ich würde mal, von 40 von 50 Filmen lief der Trailer vorher. Tatsächlich? Ah, ich glaube, ich glaube, das war so 30. Ja, egal. Auf jeden Fall kam er echt oft, immer auf Deutsch und der Film kam ja dann auf Englisch, aber immer auf Deutsch und immer so schlecht, also halt die deutsche Version, schlecht gedappt und die Szene, in der Stella Orgy anruft und er Stella ruft, hat dann dazu, also wir haben es irgendwann angefangen, laut mitzurufen, hat dann dazu geführt, dass die ganzen Stammgäste einfach den Trailer angefangen haben, mitzurufen und mitzureden und ja, also Joe konnte den Trailer eigentlich komplett auswendig. Ja, ich glaube, ich könnte ihn jetzt wahrscheinlich immer noch runterbeten, aber ja, also die Orgy Stella und was auch die Leiche dann sagt, das war immer so, Orgy Stella und dann, wer hat meinen Zins? Und dann irgendwann hat halt auch der Typ vom Fantasy Film Fest das Publikum dafür kritisiert, wie gut oder schlecht sie den Trailer mitsprechen können und so weiter. Es war ein ganzes, it was a thing. Und dann kam er nicht. Direkt nachdem er es angesprochen hat, beim nächsten Film kam der Trailer nicht und wir haben gedacht, oh mein Gott, haben wir es versaut? Es kommt der Trailer nicht. Ja. Schön, ja. Nee, war, genau. Also deswegen, allein deswegen war das schon so ein Highlight, aber ja, der Film ist, der Film ist völlig brauchbar. Aber mehr, mehr, nicht mehr und nicht weniger. Also ich finde, er ist visuell echt cool umgesetzt. Da gab es auch vom Design her, fand ich, gab es sehr coole Elemente, wie die gruselige Frau, die den einen Typ im Krankenhaus, die den Typ verfolgt und dann halt einfach ganz langsam auf ihn zuläuft. Das war auch so die einzige Sequenz, die ich ein bisschen creepy fand. Ja, die war irgendwie geil. Also sowas sieht man so nicht so oft, finde ich. Und du hast auch diese Hilflosigkeit gespürt. Das fand ich cool. Ja, genau. Das mochte ich auch einfach, weil es so, das war nicht jumpscaric oder so nicht typisch. Das hat mich mehr so an It Follows erinnert, wo es halt einfach okay ist. Oder so ganz klassische alte Zombie-Filme, so Oromolos-Style. Der Zombie kommt ganz langsam auf einen zu. Ja. Aber ich fand es halt irgendwie lustig, weil das Ding sah irgendwie lustig aus, aber auch irgendwie creepy. Und die ganze Zeit im Kino war ich so, warum läuft der nicht einfach um dieses Ding rum? Oder vielleicht hat das so eine Macht, dass es ihn dort hält. Also das fand ich so ein bisschen komisch. Aber wo wir gerade bei den Kreaturen sind, dieses Dighty-White-Ding, keine Ahnung, wie der wirklich hieß, der war so schlecht gemacht. Oh mein Gott. Was wäre? Also der, den Rabon sucht, dieses Viech. Der Janky-Man. Ah, der Janky-Man. Oder? Ja, ja, der Typ, der in einzelnen Teilen geliefert wird. Fannst du? Ja, ich meine, ich fand den jetzt nicht schlecht, der sah ein bisschen digital halt aus, aber. Mhm, genau. Ich fand den Geist tatsächlich irgendwie schlimmer als den Janky-Man, aber das ist vielleicht auch nur, keine Ahnung, wenn dann so ein Geist so halb durchsichtig in der Luft schwebt, das ist für mich, ja, okay, keine Ahnung. Man sieht Skelettern kurz. Ja, ich habe oft genug Geister gesehen, es ist so, es ist, da bin ich einfach müde, so wie Zombies, okay, ich bin einfach müde. Ja, ich fand, zu dem Ende, das war dann auch wieder so zu einfach. Ich finde, am Ende werden immer so Filme so kaputt gemacht, teilweise. Das Ende war halt so ein klassischer Jugendbuch-Film-Ende, ja, ja. Keine Ahnung, da braucht man es nicht. Da muss man wieder nicht den Film kritisieren, sondern die Bücher, den Autor und seine Geschichte. Ja, ich meine, es war wenigstens nicht so, also es war ein bisschen so ein erwachseneres Ende, als es Goosebumps hatte, einfach weil halt, ne, bei Goosebumps, das war es halt so. Ja, Goosebumps ist auch wirklich für Kinder einfach. Ja, genau, also das mochte ich hier ein bisschen mehr, weil es halt so ein bisschen erwachsener war, weil halt tatsächlich Leute tot bleiben, oder tun sie es? Das mochte ich tatsächlich, aber klar, es ist jetzt nicht, ne, es ist halt, es ist ein erwartbares Ende für einen Film, der auch so sonst inhaltlich einfach nicht so viel Überraschungen zu bieten hatte, deswegen, das hat mich jetzt nicht gestört, aber es gab es auch eben genau deswegen nichts an dem Film, was mich jetzt auch mega umgehauen hätte, deswegen, ja, der war okay. Ja, vor allem, da wir halt den Trailer einfach 40 Mal gesehen haben, entsprechend so, keine Ahnung, der Film hatte nichts Überraschendes mehr, weil im Trailer eh schon alles angesprochen wird. Man weiß auch sofort immer, wer als erstes getroffen wird. Ja. Okay, jetzt kommt der und der, der und dann der, der. Okay, alles klar. Also ich halt cool fand, was für mich so kleiner, das hätte ich jetzt nicht erwartet, war, als sie wieder im Haus ist und die Cerebello aufsucht und sie dann plötzlich in der Vergangenheit ist, sie aber dann Cerebello ist. Ja, das war ein interessantes Element. Das fand ich cool. Es gab allgemein so, es war, es war so, wir haben ein paar nette Horrorfilmelemente, die wir hier irgendwie zusammen mixen und so, wir werfen halt einfach alles so in den Mixer und gucken, was bei rauskommt und so hat es sich ein bisschen angefühlt und es gibt halt so diesen Plot, da ist alles irgendwie lose verknüpft und das passt ja perfekt eigentlich zur Buchreihe, weil die Geschichten waren ja nie zusammenhängend, die waren ja immer für sich alleinstehend. Ne, deswegen, das hat für mich auch ganz gut gepasst, aber ich, also so, ich würde tatsächlich empfehlen, einfach die anderen Filme von André Ovedan mal anzuschauen, weil der hat einfach Besseres zu bieten als diesen Film. Ich freue mich dafür, für ihn, dass er so eine Studioproduktion bekommen hat, aber mein Favorite von ihm war es jetzt nicht unbedingt. Apropos Romero, Stella hat tatsächlich ein Night of the Living Dead Poster in ihrem Zimmer hängen, sehe ich gerade auf IMDb. Ich wusste doch, dass ein Romero eine Anspielung drin ist. Ha, da waren es so viele, das war so Guillermo del Toros Kinderzimmer halt einfach. Ja, was ja nichts Schlechtes ist. Genau, also ein netter Gruselfilm, von meiner Meinung her, für ein jüngeres Publikum. Ja. Für Horrorfilmfans wahrscheinlich jetzt nicht so, hat er nicht so viel zu bieten. Es ist halt wirklich so, so ein Halloween, so ein Film, den man an Halloween guckt, so ein, ich sag mal, Anführungszeichen, leichter Trash. Ja. Naja, Trash, also. Nee, ich will nicht Trash sagen, ich hab nicht den richtigen Begriff dafür, sondern so ein... Das ist halt ein Partyfilm, so, ja, den würde ich jetzt nicht so... Ich würde ein Trinkspiel draus machen. Ja, kann man, kann man auf jeden Fall machen. Also wir können jetzt auf jeden Fall ein Trinkspiel draus machen. Aus dem Trailer kann man ein Trinkspiel. Aus dem Trailer machen wir ein Trinkspiel und dann guckt man sich den Film an. Stimmt, warum haben wir das eigentlich nicht? Egal, ich muss am nächsten Tag hier arbeiten. Aber, das ist so, der ist so, schon fast familienfreundlich, dass er ja auch ein ziemliches Plus eingespielt hat in den USA und dass er ja jetzt, also jetzt kommt er ja dann weltweit raus, der hat ja schon am ersten Wochenende in den USA, im August, fast sein ganzes Budget eingespielt. Und das ist schon, ja, also insofern, es ist halt so ein, so ein mehrheitsfähiger Pseudo-Horror-Film. Ja, voll. Er hat Horror-Elemente, aber es ist mehr so ein Party, Familien, wir gruseln uns alle, Huhuhu-Film. Ohne wirklich einen Biss. Und das ist ja okay. Es ist so ein Halloween-Film für die ganze Familie und das ist ja auch völlig in Ordnung. Genau. Für die ganze Familie. Ich würde noch eine kleine Sache euch fragen, ansprechen, ich weiß nicht, ob ihr das drin lassen wollt oder nicht, aber mir fällt in letzter Zeit auf, dass immer mehr Menschen es in Ordnung finden, im Kino laut zu reden. Ist das euch auch aufgefallen? Total. Also ein Appell einfach an unsere Zuhörer, falls ihr das macht, bitte hört auf damit. What the fuck? Ich saß die ganze Zeit, also jetzt in meinen letzten drei, vier Kinobesuche, ich hatte immer direkt neben mir Menschen, die laut geredet haben. Okay, krass. Neben mir war eine, die hat ihre Füße hoch gemacht und hat laut jede Szene laut kommentiert und gespoilert so quasi. Und ich weiß nicht, ob das normal ist und ich wollte euch mal fragen, weil ihr seid ja auch Leute, die öfters ins Kino gehen, passiert euch das auch? Das ist irgendwie in letzter Zeit, ich verstehe das nicht. Ich habe das Gefühl, ja, also mich nervt sowas auch extrem, aber ich bin so viel im Kino und ich würde sagen, es sind vielleicht zehn Prozent der Vorstellungen, wo mir wirklich was extrem unangenehm auffällt. Sei es das Handy rausholen oder reden oder whatever. Ich habe immer das Gefühl, ich bin da relativ, ich habe da immer relativ viel Glück oder halt einfach so die Kinos, in die ich gehe. Es kommt auch auf das Kino an. Also unterschiedliche Kinos haben ein unterschiedliches Publikum und ich weiß schon, in welchen Kinos die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ich Idioten im Kino hocken habe. Ja. Ich gehe in Stuttgart weniger ins, nicht ins Ufer und nicht ins Cinemax. Das sind so meine zwei. Ja, genau. Das sind einfach die großen Multiplex-Kinos, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du, ne? Also ich glaube, ja, in einem Sneak Peek kann man eher sowas erwarten, weil du, ja Leute, ich glaube, das Risiko eingehen, dass sie gucken, was auch immer kommt und dann nicht zufrieden sind und dann laut sind. Ja, aber das finde ich auch nicht okay. Ich habe auch ein paar Leute gesehen, die rausgegangen sind. Ja, eben. Das kann man ja rausgehen. Also eben, das ist die richtige, das ist auch, finde ich auch die richtige Reaktion. In Stuttgart habe ich bei meinem allerersten Sneak hier das erlebt, dass die mit Creed 2 unzufrieden waren und dann einfach die ganze Zeit mitgeredet haben und es war so, hä? Erstmal, wie kannst du mit dem Film unzufrieden sein, weil der ist ganz solide und dann, ja, hau einfach ab, was soll denn das jetzt? Ja, ich meine, es ist ja okay, dass man nicht zufrieden ist, aber dann muss man ja nicht den anderen Leuten das vermiesen. Ich hatte ja voll die Horrorerfahrung gestern, es gibt ja die Szene, wo der Hund dann plötzlich auf den Kamin guckt und knurrt und es total ruhig ist und dann diese Frau neben mir schreit förmlich durchs Kino, oh ist dieser Hund süß und es ist so, es ist ein Spannungsmoment, bitte halt die Klappe und die hat, oh das war so eklig, ich weiß, also, die hat irgendwas gegessen und dann die ganze Zeit ihre Finger so laut abgeschleckt, so die ganze Zeit, es war so eklig. Also, die hat überhaupt nicht wahrgenommen, dass ich genervt bin, ich habe sie halt, wenn sie geredet hat, voll angestarrt, einmal habe ich gesagt, keine Reaktion, scheißegal. Ich glaube, da hätte sogar ich was irgendwie, ich glaube, da hätte sogar ich reagiert. Es gibt so eine, so eine Threshold, so eine Schwelle und dann sage ich, also ich halte echt viel aus, aber irgendwann sage ich dann schon was. Shoutouts an die Volvo App. Ja, Alter, wir hatten beim Fantasy Film Fest, hatten wir in einer Vorstellung, da ist der Typ neben mir und hat die ganze Zeit auf sein Handy gestarrt und halt so mit voll hellem Bildschirm, sodass es mega genervt hat und ich die ganze Zeit sehen konnte, was er da macht und er hat in der Volvo App, also keine Ahnung, auf Autos nachgeschaut oder an seinem Auto, keine Ahnung. Und dann habe ich ihm nach der Vorstellung, also auch für die nächste Vorstellung, habe ich ihm gesagt, hey, er soll doch bitte sein Handy weg tun oder sich woanders hinknocken und dann hat er so gemeint, ja, nee, also er kann das nicht wirklich ausmachen, weil er ist Arzt und er muss erreichbar sein und ich wollte dann jetzt nicht einen Streit anfangen und sagen, Dude, du hast die ganze Zeit auf Autos geschaut, voll Idiot, aber er hat es dann gelassen, das muss ich ihm, also, ich habe das Handy nicht nochmal gesehen. Das hat er mir gar nicht gesagt, dass er sei Arzt. Ja, das hat er gesagt, er kann sein Handy nicht ausmachen, weil er ist Arzt, der muss erreichbar sein, aber ich habe gesehen, dass du nicht irgendwie irgendwas Ärztliches gemacht hast, wie auch immer. Ah, Jesus. Er hat es dann gelassen, vielleicht wohl, naja, wie auch immer. Leute, ihr könnt reden mit den Leuten, mit denen ihr sagt, aber flüstert denen ins Ohr. Ihr könnt nicht in normaler Lautstärke miteinander kommunizieren, vor allem bei einem Horrorfilm oder so, weißt du? Also, das ist absolut meine Ansicht auch und das habe ich jetzt auch schon irgendwie zwei, dreimal angesprochen. Jedes Mal, wenn wir über einen Film reden, bei dem mir das passiert ist, muss ich da einfach wenden und sagen, hey. Ja, ich kann auch nicht anders. Da habe ich auch kein Verständnis dafür. Das ist mein volles Mitgefühl. Ja. Okay. Gut. Stop. Damit würde ich sagen, leite ich über zum nächsten Review. Das wird sein Maleficent und dann Maleficent. I guess. Ja, macht er das doch so. Dann leite ich über zu Maleficent. Bis dann. Bis dann. Herrin. Was? Es gibt da eine kleine Neuigkeit. Dann raus mit der Sprache. Es ist eigentlich ziemlich unbedeutend und es ist sicher kein Grund, sich aufzuregen. Es ist nur so, Prinz Philipp, ähm, ist verschwunden. Nein. Nein, Philipp hat... Gelbfieber? Nein, Moment. Er hat Lepra. Nein, Herren. Prinz Philipp hat Aurora gefragt, ob sie seine... Nein. Verdirb mir nicht meinen Morgen. Und Hallöchen, hier bin nochmal ich, der Johannes Alleine mit einem Einzel-Review zu Maleficent, Mistress of Evil. Oder ich bin mir gar nicht sicher, wie er auf Deutsch heißt. Ich glaube nur Maleficent oder Maleficent 2. Keine Ahnung. Unter der Regie von Joachim Rönning, der auch schon den letzten Fluch der Karibik gemacht hat, damals zusammen mit seinem Regiepartner Espen Sandberg und der den exzellenten norwegischen Film Contiki gemacht hat und dann irgendwie so in die Disney-Maschinerie geraten ist und mei, da hat er jetzt halt zwei Filme gemacht. Ich würde mir wünschen, er würde mal wieder was Kleineres machen, was er wohl auch demnächst machen wird, aber andere Geschichte. Maleficent, Mistress of Evil, da spielt mit Angelina Jolie, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Sam Rayleigh, Tuatel Echofor, Ed Screen und einige mehr und es ist der zweite Teil nach dem, der erste, der kam ja schon vor einer Ewigkeit raus, da hat man den Podcast ja noch nicht mal, also es ist schon ein bisschen her, aber im ersten ging es um die Antagonistin Maleficent aus dem Sleeping Beauty Disney-Film, wie heißt denn der auf Deutsch? Ach, Dornröschen, wäre ich nicht draufgekommen, hätte ich sie nachgeschaut. Also, die Antagonistin aus Dornröschen, die Protagonistin in der Geschichte damals verflucht hat, im ersten Film, der wurde so ein bisschen gepitcht, als so, wow, das ist ihre Origin-Story hier, werdet ihr erfahren, warum sie so böse ist, wie sie ist und dann stellte sich raus, in dem Film, den ich ganz okay fand damals, dass, also die haben die Geschichte so ein bisschen auf den Kopf gestellt und sie ist jetzt nicht wirklich eine, sie ist jetzt nicht wirklich böse, sie ist einfach missverstanden und selber Opfer von noch böseren Leuten und ja, am Ende der ganz nette Twist in der Dornröschen-Version war es dann, dass quasi sie als die Ziehmutter von Dornröschen Dornröschen sie wieder wachküsst, anstatt dass es ein Prinz ist. Das war ganz cool eigentlich. So, und jetzt haben wir den zweiten Teil und da stellt sich natürlich die Frage, warum? Die Antwort ist ganz klar, weil der erste extrem erfolgreich war. Ja, in dem Spiel spielt natürlich hier Angelina Jolie wieder die böse Maleficent und er heißt ja auch, also er trägt ihren Namen und Mistress of Evil, also ne, man verkauft ihn wieder so als, oh, da geht es wieder um die böse, böse und wir erfahren, was hier so böse Dinge tut, aber das kann ich schon mal sagen, es geht gar nicht mal wirklich um sie. Sie ist echt wenig in dem Film, der nach ihr benannt ist. Es gibt ganze Teile des Films, da ist sie nicht wirklich anwesend oder also den Großteil des Films passieren, also ist sie mehr anwesend, als Dinge passieren. Und hier ist auch eher so, sie ist verantwortlich für das Ereignis, das die ganze Geschichte ins Rollen bringt und am Ende auch für eine Auflösung, aber dazwischen ist es, ich weiß gar nicht, mehr die Geschichte von von Aurora, also der Sleeping Beauty, dem Dornröschen, gespielt von Al Fanning und ihrem Prinzen, Prinz Philip, gespielt von Harris Dickinson. Also er macht ihren Antrag und Maleficent gefällt das natürlich erstmal nicht und Aurora selber hat auch Eltern und vor allem eine Mutter, die das auch überhaupt nicht gut findet, die, weil Aurora, also Sleeping Beauty, in der Version jetzt die Königin des Sumpfes ist und da quasi die Königin von den ganzen Feen und Gnomen und was weiß ich, was da alles so im Sumpf rumtümmelt ist und ihre Mutter und die Mutter von von Prinz Philip, so rum ist ja nicht ihre Mutter, ihre Mutter ist ja Maleficent, die Mutter von Prinz Philip sieht das so, dass quasi die Menschen eigentlich den Sumpf ausrotten müssten und den Menschen reich einverleiben müssten, damit die Menschen aus dem Sumpf rausziehen können, was auch immer sie wollen, weil die doofen Feen und so weiter sind eh böse und Melisabeth repräsentiert quasi das alles und Prinz Philip als der Sohn ist das genaue Gegenteil, er möchte eigentlich, dass alle in Harmonie leben und ist eigentlich so, hey Leute, warum streiten wir uns, können wir nicht einfach alle merken, dass wir eigentlich zusammen viel stärker sind als alleine. Das ist aber auch so die, 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 die ganze Tiefe, die der Film zu bieten hat, darum geht's, so böse Michelle Pfeiffer will die ganzen Feen töten und der gute Prinz Philip predigt mehrmals im Film, dass wir doch zusammen alle stärker sind als alleine, was ja an sich ganz nett ist, aber ist halt, ne, also hat man auch schon 500 Mal gesehen und da ist der Film auch nicht subtil, was das angeht oder hat nicht wirklich eine Idee, wie er das irgendwie neu erzählen kann, die Geschichte, das ist schon sehr, sehr konventionell, für Kinder natürlich, also die Message ist ja nicht verkehrt und gerade für Kinder ist es ja, ist ja auch ein Film, der ja an ein jüngeres Publikum gerichtet ist, ist es ja auch völlig in Ordnung und, und nicht schlecht, so eine Message zu hören, deswegen möchte ich mich darüber jetzt nicht zu beschweren. Es ist natürlich sehr simplistisch und sehr plakativ die ganze Zeit und mehr hat der Film jetzt an Tiefe auch nicht zu bieten, weil der Rest ist halt irgendwie, oh, meine Schwiegereltern mögen mich nicht oder zumindest meine Schwiegermutter und auf Maleficent Seite, ich weiß nicht, also sie macht auch keinen so wirklichen Arc durch, ne, also mehr so auf ein paar Papier, als dass es im Film tatsächlich passiert. Dazu kommt natürlich noch, dass das hier so ein, ein ganz typischer Disney-Blockbuster ist, das heißt, das ist von der Gestaltung her, da ist, da steckt einfach einen Haufen Kohle drin und das sieht man auch, aber ich finde ganz oft, dass man solchen Filmen dann auch anzieht, dass das jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, es wirkt auch einfach alles auch so ein bisschen plastikmäßig, ne. Es gibt schon sehr, ein paar sehr coole visuelle Designs in dem Film, wer den Trailer gesehen hat, wird wissen, dass es mehr von der Art von Maleficent gibt, ich glaube, Harpien, das ist eine Harpie, keine Ahnung, also mehr von diesen Wesen und deren Designs sind tatsächlich sehr cool, also da spielen zum Beispiel True Tale at Shufo oder at Screen, spielen solche Charaktere und da hat sich wirklich, da wurde sich wirklich viel Mühe gegeben, da konnte ich jetzt auch nicht genau beurteilen, was ist da jetzt digital und was nicht. Während am Anfang vom Film, wo wir die ganze Zeit im Sumpf sind und diese ganzen Phän- und Gnome sehen, die ja alle ganz lustig aussehen, aber halt auch sehr digital, habe ich mich öfters mal bei dem Gedanken ertappt, wo ich versucht habe, rauszufinden, ob in dieser Szene außer Al Fanning überhaupt irgendetwas echt ist oder alles nur Computer generiert und das fand ich so ein bisschen schade. Ja, es ist ein Disney-Blockbuster, wie man ihn erwarten würde und liefert auch genau das, was man erwartet, also zumindest ging es mir so, ich bin ziemlich genau mit dem Gefühl rausgegangen, mit dem ich reingegangen bin, ich habe nichts Neues gelernt, ich habe nichts gesehen, was mir jetzt lange in Erinnerung bleiben wird, die Story ist wirklich sehr, sehr dünn, visuell hat er schon was zu bieten, da sind ein paar sehr coole Ideen dabei und ein paar sehr coole Designs dabei, das ist cool, die Performances sind alle nicht schlecht, ist jetzt aber auch nichts krass Besonderes dabei, Michelle Pfeiffer finde ich am meisten Spaß, weil sie halt wirklich als die Antagonistin, ich glaube einfach, sie hat einfach Spaß an solchen Rollen, also ich habe sie auch schon in anderen Filmen in solchen Rollen gesehen und das kann sie einfach gut, sie spielt natürlich einen Cartoon in dem Film, aber die macht zumindest Spaß damit und ich mag Al Fanning, also ist auch gut, Angelina Jolie schlafwandelt so ein bisschen durch den Film, weil sie halt einfach echt nichts zu tun hat, sie ist irgendwie gefühlt zehn Minuten in dem Film ist natürlich mehr, aber sie ist halt irgendwie echt nicht präsent und die paar Sätze, die sie zu sagen hat, wirken so, als hat sie ihren Check kassiert und wollte dann so schnell wie möglich wieder weg, also wenn man jetzt wegen Angelina Jolie den Film sehen will, dann würde ich sie ja davon abraten, die anderen sind ganz gut, also ich glaube, ich erzähle damit jetzt wahrscheinlich niemandem was Neues, vor allem wer den Ersten gesehen hat, wird eh schon wissen, auf was man sich hier einlässt, für Kinder bestimmt ganz nett und wenn man vielleicht Fan des Ersten, also wenn man Fan des Ersten war, dann kann man hier bestimmt was rausziehen, wenn der Erste nichts für einen war, dann Bogen drumrum machen und auch sonst gibt es definitiv interessantere Filme im Kino diese Woche, da muss man jetzt den nicht unbedingt gesehen haben, wenn man nicht speziell das Zielpublikum dafür ist. Ja, so viel meine Meinung zu Maleficent und ich würde sagen, ich leite über zu einem Film, den man gesehen haben muss diese Woche. Bis gleich. Warum gibt es an der Uni keinen Studiengang Dokumentenfälschung? Den würde Guitton mit Auszeichnung bestehen. Ja, großartig, oder? Das ist der Wahnsinn. Dein Sohn hat gleich ein wichtiges Vorstellungsgespräch. Wünsche ihm lieber Glück. Sohnemann, dein Vater ist sehr, sehr stolz auf dich. Weißt du, eigentlich ist das überhaupt keine richtige Fälschung. Nächstes Jahr will ich an dieser Uni. Toll. Du hast ja schon einen richtigen Plan. Ja. Ich habe die Dokumente einfach schon mal vorbereitet. So, und da sind wir zwei wieder da, Joe und ich. Und wir sehen uns, haben uns angesehen, den meist erwarteten südkoreanischen Film des Jahres vermutlich. Aus verschiedenen Gründen. Auf die gehe ich gleich ein. Es geht um Parasite oder im Original Ach Gott. Gisam Gisang Chang Gisang Nee, ach, ich habe heute die koreanische Aussprache nicht so drauf. Es ist ein Film von Bong Yon-Hoo Yon-Hoo Ach Gott. Es tut mir furchtbar leid. Bong Yon-Hoo von Jin Won-Han und ihm selbst wieder die Screenplay geschrieben haben mit Kan-Hoo Song Jiu Zheng Jiu Jong Ho Jiu Sodam Park und anderen Menschen in den Rollen. Es sind sehr viele Menschen, die alle wunderbar spielen und es tut mir furchtbar leid, dass ich alle Namen gerade nicht aussprechen kann. Ich bin nicht gerade nicht in der Lage irgendwie. So, genau, um was geht's? Ganz kurz. Man darf nicht zu viel über diesen Film verraten, man darf auch nicht zu viel über diesen Film wissen, bevor man in ihn geht. Ich schätze mal, ich kann so viel verraten, wie im Trailer vorkommt, weil das ist nicht zu viel, oder? Also der Trailer hat jetzt ungefähr die erste Hälfte vielleicht. Ja, also es geht ganz grob um eine arme Familie, die alle irgendwie, ja, also die gemeinsam leben mit ihren erwachsenen Kindern, also Vater, Mutter, Tochter, Sohn. Und der Sohn hat einen Kumpel, der ihm einen Job als Aushilfslehrer oder als Nachhilfelehrer von einer sehr, 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 sehr reichen Tochter, einer sehr, sehr, sehr reichen Familie vermittelt. In Englisch, ein Englisch Nachhilfelehrer. Und die Familie arbeitet dann zusammen sozusagen, um ihm eine Fake-Karriere als Student mehr oder weniger zu fälschen. Also die Tochter, die Kunststudentin war, die photoshoppt ihm dann irgendwie so ein Diplom und dann geht er halt dorthin und beginnt ihr Englisch Nachhilfe zu geben unberechtigterweise mehr oder weniger oder halt unter falschen Vorspiegelungen. Und dann, achso ja, kann ich noch weiter, okay. Also ich glaube, ich würde noch so viel sagen, dass er es dann Er merkt dann, er merkt dann, dass in dieser Familie, dass die, dass zumindest mal die Mutter sehr naiv ist, also es wird auch immer wieder angesprochen und gutgläubig und dass man, dass man da mehr rausholen kann. Und so schafft er es dann, seine Schwester, die Kunstlehrerin ist, auch noch reinzuholen. Also die ist nicht wirklich Kunstlehrerin, aber sie ja genau, also als, als Kunstlehrerin so rum, als Kunstlehrerin reinzuholen, so rum, natürlich, natürlich. Es gibt noch zwei weitere Jobs in diesem Haus, die man vielleicht austauschen könnte. Das ist eigentlich fast schon viel, weil ich fand das super, das so nach und nach zu entdecken. Okay, ja gut, ich wusste das bis dahin, also ich wusste, dass die, das wusste ich gar nicht, aber es ist ja nicht so schlimm. So, genau, Joe, was sagst du zu Parasite? Ah, ich habe mich schon sehr lang auf den Film gefreut, ich weiß gar nicht, wo ich das erste Mal was davon gehört habe, ich meine, da hat in Cannes die Goldene Palme gewonnen dieses Jahr. Hat er ja. Und ja, spätestens seitdem war der so auf meinem Radar und war auch schon immer so gehypt, als okay, das ist fast schon eine Garantie für den Auslands-Oscar. Und ich habe einige von Bong Joon-Ho's anderen Filmen gesehen und bin bis zu einem gewissen Teil ein Fan und muss aber sagen, dass dieser Film mit Abstand der beste ist, den ich bisher von ihm gesehen habe. und ich die Goldene Palme sehr gut nachvollziehen kann und die Garantie für den Auslands-Oscar, die immer dem Film schon zugeschrieben wird, ohne jetzt viele der anderen Filme gesehen zu haben, aber dagegen hat jetzt auch Systemsprenger keine Chance. Der ist schon ziemlich großartig. Angefangen von der Prämisse von dieser Familie, die sich quasi an diese, also ich meine, der Titel spielt ja so ein bisschen darauf an, dass diese eine Familie sich an die andere Familie Stück für Stück kettet und von der lebt sozusagen. Ja. Wie so, da gibt es diesen einen Fisch, dieser kleine Fisch, der sich an einen großen Fisch dranhängt und irgendwie sich von dem ernährt. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ja. Aber daran muss ich zumindest denken. Neun Auge. Neun, kann es sein? Neun Auge? Irgendwie so, ja. Das kann schon sein. Egal. Biologie im Gymnasium ist lang her. Ja. Angefangen von der Prämisse, was halt so die erste Hälfte des Films vielleicht ausmacht, was halt mega viel Spaß macht, weil es fast schon so ein Heist-Thriller ist. Ja. So ein Ocean's Eleven. Wie, also ja, wie kriegen wir jedes Familienmitglied bei denen in ein Arbeitsverhältnis sozusagen. Aber dann nimmt der Film ab der Mitte irgendwo einen ziemlich drastischen Twist und von da an agiert er nochmal auf einem anderen Level und da will ich auch gar nichts verraten, weil das habe ich einfach überhaupt nicht kommen sehen. Und das war in sich ziemlich großartig. Was mir super auch gefallen hat in dem Film ist, dass es, es gibt keine Helden in dem Film. Nee. Jeder, jeder Charakter in dem Film hat irgendwo Dreck am Stecken. Außer vielleicht noch so die Mutter der, der reichen Familie, aber die ist halt so naiv und willfully ignorant. Das ist so ihr Crime sozusagen. Aber sonst ist es halt ein Film bevölkert von sehr, sehr menschlichen, sehr vielschichtigen Charakteren, die, ja, die alles so ein bisschen ums Überleben kämpfen und man irgendwo nachvollziehen kann, was sie tun, auch wenn es manchmal ziemlich furchtbar ist, was sie tun. Und das hat mir durch und durch sehr gut gefallen. Ich hätte, glaube ich, ich habe gar nichts, was ich an dem Film aufsetzen kann, ehrlich gesagt. Nee. Ich auch nicht. Ich habe gerade überlegt. Ich glaube, das Einzige, was mich wirklich, also ich muss dir erstmal zustimmen, er hat es einfach, eine Freude ist, auch anzugucken. Also er ist ja lang, also nicht arg lang, aber schon lang, also über zwei Stunden. Über zwei Stunden zwölf. Zwei Stunden zwölf. Und es gab wirklich, also ich sage das oft über solche lange Filme, aber es gab wirklich auch keine Sekunden, in der ich nicht dabei war, in der ich nicht unterhalten war. Und klar, ich meine, es war ein relativ volles Kino, in dem ich war und es war im Atelier und das Atelier ist halt, also so die Arthouse-Kinos, da denke ich schon immer so, ja, normalerweise gehen ja schon Leute hin, die auch gerne ins Kino gehen, zumal er ja auch in Originalsprache war, das ist ja nochmal eine Hürde. Also wer da jetzt in einen Film in Originalsprache geht, der wird ja schon auch den Film sehen wollen. Aber trotzdem muss ich sagen, dass es wirklich einfach ruhig war. Natürlich gab es viel Gelächter und Reaktionen auf die lustigen Stellen, von denen es ja auch überraschend viele gibt. Das hatte ich nicht damit gerechnet, dass er so witzig ist. Und es war wirklich einfach ein gutes Kinoerlebnis, weil es einfach kein Getuschel gab, keine Handys rausgeholt wurden. Und es war, ja, es hat einfach so, ich glaube, ich bilde mir ein, dass es alle anderen Leute auch so gefesselt hat wie mich, dass sie einfach mitgegangen sind und, ja, sich reinziehen ließen von diesem Film. Ja. Und das fand ich richtig cool. Was mich am meisten abgelenkt hat, vielleicht noch am ehesten, war die Tatsache, dass wir letzte Woche einen Film gesehen haben, der vielleicht ein bisschen eine ähnliche Moral dann vermittelt. Yes! Ich wusste auch, ich habe im Film auch dran gedacht und habe mir, während ich dran, also wir reden über Joker, ich habe, während ich den Film geschaut habe, weil das ein, also Joker behandelt ähnliche Themen, außer jetzt vielleicht den Mental Illness Part, der hier aber schon auch vorkommt, aber jetzt nicht, das ist jetzt nicht der Main Fokus wie in Joker. Aber ich hatte original auch den Gedanken, als ich hier Parasite angeschaut habe, ja, das ist halt einfach, wie man so, also, der Film behandelt ja auch so Themen wie Klassenunterschiede, wo, in Joker hast du das ja auch und die Art und Weise, wie Joker das halt darstellt, ist, indem ein paar ultrareiche Menschen in Anzug und Ballkleidern in einem opulenten Kino Charlie Chaplins Modern Times anschauen und darüber lachen, dass er so arm ist, dass er wieder in den Knast will. und das ist so diese, die Deepness, die Joker aus diesem Thema rausholt, was halt so, überhaupt nicht tiefgründig ist. Ist halt eher so flach. Ist halt schon sehr oberflächlich. Genau. Und hier sind es sehr subtile, sehr subtile Momente, in denen so diese, diese Klassenunterschiede. Und es gibt, es ist kein Cartoon-Moment, es ist kein Cartoon-Charakter dabei, also die, 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 die plumpe Variante wäre ja so gewesen, dass irgendwie der Vater der reichen Familie der alte Chef von dem Vater der armen Familie ist, der ihn entlassen hat, weil er ihn nicht mag oder so. Ich habe mich total, total wiedergefunden tatsächlich, weil ich hatte halt auch mal so einen Moment, jetzt nicht ein Moment, in dem, also, ja, nicht so einen Moment wie in diesem Film vielleicht oder zumindest mit ähnlichen Ausgängen, aber ich hatte einen Moment, in dem ich, in dem ich konfrontiert war mit mega reichen Leuten, weil wir Theater, wir spielen Theater auf einem, auf einem Weinberg und nebendran ist halt ein Weinberg, von einer reichen Familie, die einfach auch so ein Haus haben, das aussieht wie das in Parasite, also nicht mal, nicht mal übertrieben, das Haus sieht wirklich so aus und die haben halt irgendwie mal so eine Grillparty gefeiert, direkt neben unsere Premiere, weil halt, ne, und die haben gesagt, ja, ja, wir haben euch das doch gesagt und niemand von uns wusste davon. Auf jeden Fall haben die halt dann ihre Grillparty durchgezogen, wir haben laut geredet und es hat irgendwie geklappt und abends sind wir dann noch zu denen auf die Party, weil halt noch Essen übrig war und die haben uns dann, also wir haben noch Essen übrig, wollt ihr auch noch zu uns kommen, so ne, das ist schon mal so eine geile Einladung, einfach danke und dann stand ich da und hab irgendwas gegessen und stand halt neben irgendeinem reichen Typen und sagte dann irgendwie, ja, keine Ahnung, ich bin jetzt total, langer Tag und so, ja, 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 einfach, einfach genießen, ja, einfach genießen. Ich dachte mir so, du Wichser, so das war so, ne, einfach, der nimmt, der geht quasi davon aus, ich muss das ja jetzt hier, ich kann das jetzt einfach genießen, dass ich hier neben ihm stehne und wir einfach schweigen und ich esse da was und ich, keine Ahnung, also das war schon so, so herablassend und, äh, und, und diese, diese subtilen Momente, wo ich mir denke, ach, fick dich doch einfach, das, äh, das hat der Film super, super, äh, wieder gespiegelt. Ach, so, genau, jetzt, äh, es ist so ein bisschen, äh, sorry, dass ich das ein bisschen so ausgeholt hab, aber. Hast du, hast du dein Trauma aufgearbeitet? Ja, das hab ich noch lang nicht aufgearbeitet, ich werde das bestimmt noch zehnmal verschiedenen Leuten erzählen, äh, aber es war, es war ein Schritt in die richtige Richtung. Okay. Äh, schön, schön, dass es Parasite gibt und dass du einen Podcast hast, wo du es rauslassen kannst. gell? Ja, die, äh, die, die, die Grauzonen, in deren Sicht die Charaktere bewegen, die fand ich sehr schön, ähm, und zwar halt durch und durch. Es gibt, äh, keine Helden, aber es gibt auch wirklich, eigentlich keine wirklichen Antagonisten in dem Film. Mhm. Also jeder ist irgendwie so ein bisschen Antagonist. Außer vielleicht, mh, naja, wobei, es gibt schon, es gibt schon Charaktere, wo die jetzt irgendwie, naja, wobei, das ist vielleicht zu viel verraten. Es ist schon so, weil, der Film fängt ja so, so, so an, dass du dir die ganze Zeit denkst, ach, jetzt, hol, ziehen die sich da aus der Armut, indem sie halt ihren Heist, äh, machen, wie cool, wie cool, und dann werden, wirst du irgendwann, wird, wird die Familie und halt der Zuschauer damit konfrontiert, was sie damit angerichtet haben, dass sie das gemacht haben. Und das ist ein sehr, sehr, sehr starker Sobering-Moment. Wie sagt man denn? Ausnüchterung, Ausnüchterungs-Moment? Ja, ernüchternder. Ernüchternd, ernüchternder Moment. Ausnüchternd ist, äh, was anderes. Ja, äh, genau, ernüchternd. Und das ist so, dieser wahnsinnig gute Ton, oder Tonspagat, in der Film halt läuft, dass er, wie du ja gesagt hast, der ist ja super lustig in Stellen. Und ich würde fast sagen, der hat schon ganz, ganz viel was von einer Komödie, aber eher so einer Tragikomödie, weil er ja auch sehr bewusst einfach sehr lustig ist in vielen Stellen. Aber halt, es dann immer schafft, diese dramatischeren Momente und vor allem deine eigenen Erwartungen so ein bisschen auf den Kopf zu stellen, sodass dir so ein bisschen das Lachen im Hals stecken bleibt und dass du dich drüber ärgerst, dass du vorhin über, dich über bestimmte Dinge gefreut hast oder über bestimmte Dinge gelacht hast. Und das ist schon, das ist schon eine Kunst. Also das ist nicht einfach und finde ich auch ziemlich beeindruckend. Hier bei, bei IMDb ist er auch gelistet in erster Linie als Comedy und dann Drama, Thriller. Das ist schon ein spannender Spagat, der in der Film ziemlich, ziemlich flawless läuft. Ja, ich weiß gar nicht, wie, wie, was ich erwartet hatte, um ehrlich zu sagen. Also ich kann mich, ich kann mich gar nicht mal, er hat ja so einen großen Hype aufgebaut, zumindest in unseren, in unseren Kreisen, ich weiß gar nicht, ob das drüber rausging, über Leute, die, keine Ahnung, Kritikerkolumnen lesen und Letterboxd Reviews von Leuten, die in Kritikerkolumnen schreiben. Aber das ist ja so unser Ding und so hören wir dann von solchen Filmen. Er kommt ja auch jetzt irgendwie nur, bei uns jetzt, in zwei kleinen Kinos und nicht groß irgendwie im Cinemax oder was auch immer. Das heißt, der Hype wird wahrscheinlich so außerhalb nicht so wahnsinnig groß sein, aber dieser Hype hat halt irgendwie so den Film aller Zeiten versprochen. mehr oder weniger. Schon ein bisschen, und ich glaube, das war fast ein bisschen, also doch ein bisschen viel. Der Film ist großartig und ich habe nichts daran auszusetzen, aber das ist jetzt nicht die Offenbarung und ich glaube auch nicht, dass die Offenbarung noch passieren kann. Nein. Ich glaube nicht, dass mich jemals ein Film derart, dass ich, also ich bin halt keine 14 mehr. keine Ahnung, also nur, falls jetzt irgendwie, falls wir jetzt Zuhörer haben, die sich da auch von, haben mitreißen lassen, so ja, ja, das muss der beste Film, sowieso. Das, das, also das kann kein Film erfüllen, einfach so eine Erwartung. Nee, nee, nee. Und es ist ein großartiger Film. Ich bin da auch sehr, also ich lasse mich, ich lasse mich gerne von so einem Hype so ein bisschen einfangen, aber ich bin da, ich bin da immer hinterher, dass es, dass ich auf so einem nüchternen Level bleibe. Ja. Also ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr bei einem Film irgendwie die nächste Offenbarung erwartet, einfach weil ich irgendwann gemerkt habe, dass, ja, dann wirst du halt automatisch enttäuscht. Ja. Weil es halt, glaube ich, keinen Film mehr gibt, der diese Offenbarung sein kann. Was ich auch interessant finde, es scheint so, sorry, dass ich dich unterbreche, aber es ist mir gerade aufgefallen, es scheint echt, wir haben es schon ein paar Mal jetzt angesprochen, es scheint echt das Jahr der Genre-Mixe zu sein. Stimmt. Ja. Eigentlich. Der wäre auch gut auf dem Fantasy-Filmfest aufgehoben gewesen, so, ne? Ja, aber dafür war er bestimmt zu teuer. Ja, und die hatten ja einfach zu viel Cloud schon aufgegeben. Goldene Palme-Gewinner kriegt das Fantasy-Filmfest jetzt nicht mehr. Eben. Das entspricht wahrscheinlich nicht der Release-Strategie. Ne, ja, ja, genau. In jeglicher Hinsicht, gar nicht mal nur aus Geld, sondern einfach auch, ja klar. Wenn der halt die höchste Prestige schon erfahren hat, dann... Ja. Ist ja kein kleiner Genre-Film mehr, dem man ein Spotlight geben will. Richtig, ja. Genau. Aber so, ja genau, du hast recht, das ist so ein, das ist ein wunderbarer Genre-Mix. Und das ist tatsächlich einer, da fallen so die unterschiedlichen Genres gar nicht mehr so auf. Der jetzt, ich... In einer Kritik über den Film habe ich so gelesen, Bong Joon-ho ist mit diesem Film inzwischen ein Genre in sich selbst geworden. Und ich kann verstehen, was damit gemeint ist. Weil das ist schon... Also in vielen Filmen merkt man so, wenn das Genre switcht oder so oder wo die einzelnen Genre-Elemente sind, das kann ich bei dem Film jetzt gar nicht mal sagen oder das fällt mir auf. Oder das kann ich jetzt hinterher irgendwie so aussortieren, wenn ich es will. Aber es ist jetzt nicht so, dass du im Film sitzt, sag ja, okay, und jetzt bewegen wir uns in den Thriller raus aus der Komödie oder so. Ne, das ist wirklich so ein eigenes, wirklich rundes Ding, dem du gar nicht anmerkst, was er tut, weil es so feinfühlig ist. Bis es vorbei ist, so. Ich weiß gar nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Das ist schon sehr interessant. Und ich muss jetzt auch, also das muss ich auch so vergleichend sagen, weil ich habe ja vorhin gesagt, ich habe einige von Bong Joon-ho's anderen Filmen gesehen und bin ein Fan. Aber das, was mich an den anderen Filmen bisher doch, glaube ich, bei allen, die ich bisher von ihm gesehen habe, gestört hat, ist, dass er ist ja schon jemand, der Message-Filme macht. Der immer irgendeine soziale Message in seinen Filmen und die ist auch relativ ähnlich in allen seinen Filmen vermittelt. Und was mich jetzt zum Beispiel in Snowpiercer ist, glaube ich, zu Parasite sehr gut vergleichbar. Einfach was da, also Snowpiercer geht ja, also das ist ja, da geht es auch um Klassenunterschiede, aber da ist es halt auf einem Cartoon-Level so, vom Vorschlaghammer, wie dir das vermittelt wird. und selbe ist in Oakjaw zum Beispiel auch. Wortwörtlich teilweise mit einem Vorschlaghammer. So eine Axte ist an beide. So eine Axte ist auch, aber irgendwo kommt bestimmt ein Hammer vor. Aber halt so, also gut, bei dem Film habe ich mir auch gedacht, okay, der ist unterhaltsam, aber I get it. Das ist schon, ja, schon sehr plakativ. Und das gleiche eben auch in Oakjaw, wo es ja dann um Tierhaltung, Fleischkonsum und so weiter, ethische Tierhaltung und so weiter geht, wo es halt auch teilweise halt auf einem extremen Cartoon-Level ist. Und hier, das war jetzt der erste Bong Joon-Ho-Film, den ich gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, wow, das ist wirklich, das ist ein erwachsenerer Film von ihm. Der es ernsthaft angeht und es auch quasi versucht, auf gemeinsamer Augenhöhe irgendwie zu, also so. Ja, und ich glaube, das erwachsen, meine ich deswegen, weil halt die anderen fühlen sich so ein bisschen wie ein Teenager, der die Welt anbrüllt, wie ungerecht sie ist, fühlt sich das an. Und hier, das ist ein realistischerer Film. Genau, das meine ich mit Augenhöhe, so, ja. Ja, der ist mehr, da gibt es keinen Cartoon-Charakter drin, da gibt es auch keine Cartoon-Verhältnisse drin, das ist alles, fühlt sich sehr real und sehr menschlich an und das auch, wo bin ich, meine, da gibt es keine Helden, da gibt es keine Antagonisten drin, das ist alles verzwackt. Und, ja, das mochte ich extrem. Ich glaube, dass es ein super wichtiger Film ist und ich bin mir mal wieder nicht sicher, ob die Leute, für die dieser Film bestimmt auch gedacht ist, den entweder sehen oder überhaupt verstehen werden oder irgendwelche, in irgendeiner Form, Konsequenzen daraus ziehen können, die realistisch anwendbar sind. so, keine Ahnung, das ist immer das, was mich tatsächlich unterschwellig mittlerweile bei Filmen stört, aber das hängt gar nicht mit den Filmen an sich zusammen, sondern einfach nur irgendwie mit den Menschen. Wenn ein Film irgendwie so soziale Kommentare hat, dann zweifle ich immer dran, dass es überhaupt in irgendeiner Form eine Wirkung zeigen kann. Ja, aber das ist irgendwie was er... Ich weiß aber auch gar nicht, ob es das will oder muss. Ich glaube schon. Also was heißt will, ja klar, aber muss, also ich, niemand hat dann jemals einen Film gesehen und sich hinterher gedacht, ich erinnere mein ganzes Leben oder vielleicht schon, aber... Ja, vermutlich nicht. Ich glaube, so funktioniert das nicht, aber es ist halt die Aufgabe von einem Filmemacher halt, wenn er sowas machen will, die Nachricht so rüber zu bringen, dass sie sich halt in den Köpfen einnistet und vielleicht langfristig bestimmte Entscheidungen im Kleinen beeinflusst. Also das ist ja nicht, wir machen ja keine Propaganda. Ja. Das ist ja Kunst. Wir führen einen Dialog. Das ist ja auch ein Film, der hat, da geht es ja auch nicht darum, Antworten zu haben. Das nervt mich an Filmen, wenn die glauben, die hätten, die müssten dir eine Antwort auf irgendwas liefern. Weil darum geht es einem Film gar nicht. Es geht darum, eine Geschichte zu erzählen und darin Themen zu besprechen, aber es ist ein Dialog. Es ist ein Hin und Her und dann kann man daraus ziehen, was man will letztendlich. Aber wenn ein Film darauf ausgelegt ist, dass jetzt jemand hinterher irgendwie sein Handeln wirklich komplett ändert oder dann, ich glaube, dann wird es auch so offensichtlich und so propagandistisch, dass es dann, dann ist es für mich auch kein wirklicher Film mehr. Wenn du verstehst, was ich meine. Vielleicht sollten wir noch ganz kurz ansprechen. Jetzt haben wir ganz viel über Message und Charaktere und so gesprochen. Die visuelle Umsetzung ist ja eigentlich schon in jedem seiner Filme, die ich gesehen habe, immer stark gewesen. Also Snowpiercer ist ja mega konzeptiert. Ich meine, Snowpiercer ist ein Videospiel in jeglicher Hinsicht. Ochsia ist ja auch hier mit einer schönen Natur und in Kontrast mit diesen furchtbaren Industrie-Metropolen. Und Parasite siedelt sich tatsächlich jetzt endlich mal auch wieder in einer realistischen Welt an. Auch wenn es trotzdem durch dieses gewaltige Haus irgendwie schon wieder Science-Fiction wird aus der Sicht von jemandem, der halt in einem Apartment lebt oder in einer WG und halt so. Ja, komm. Ich meine, ich habe ein Zimmer oder zwei und das reicht mir. Und dann sitzt du da vor diesem gewaltigen Haus, das halt irgendwie auf der einen Seite Natur hat und dann wahnsinnig viel einfach, ich kann gar nicht beschreiben, wie diese Kulissen schon fast an, mich manchmal an eine Kathedrale oder sowas erinnert haben. Der eine Raum ist quasi hierfür, die eine Wand ist hierfür und erzählt quasi diese Geschichte die andere, der andere Raum ist dafür und erzählt diese Geschichte. Und so wie quasi Architektur schon lange verwendet wurde, um Geschichten zu erzählen, weil halt einfach damals Leute nicht lesen konnten und irgendwie die Geschichten mitkriegen mussten, ist es halt hier eine zusätzliche Erzählung der Geschichte, während sie passiert, die im Hintergrund läuft. Ich bin hingerissen gewesen, wie super der hier seine Kulisse eingesetzt hat. Total. Und er macht aus, also das Haus ist ja auch so ein bisschen, naja, es ist ein großes Haus, aber es ist so ein bisschen spartanisch eingerichtet und das fand ich auch ganz spannend, wie der Film Stil und Spannungsmomente aus dieser spartanischen Einrichtung holt. Also es gibt dieses eine Wohnzimmer mit der Glasfront und da ist halt eine Couch und ein Tisch. Aber das reicht, um wahrscheinlich die spannendste Szene des Films zu kreieren. Also mit einer der spannendsten Szenen des Films. Gerade weil es so wenig ist. Ja. Weil es so aufgeräumt ist, weil es so... Das ist krass, ja. Weil ich weiß nicht, ich habe mir aus zweiter Hand quasi diese Haustour von Kim Kardashian und Kanye West angeguckt, die auch ähnlich eingerichtet haben. Ah, okay. Und die haben halt auch so eine Einrichtung. Die haben einfach einen Raum, der komplett quasi gekachelt ist und da ist halt einfach nichts drin, außer irgendwie einem Stuhl. Und du würdest ja niemals denken, so, ah, das wäre ja eine interessante Kulisse für einen Film, sondern nee, das ist ein mega langweiliger Raum und was er da rausholt, eigentlich zu einer weitaus interessanteren Kulisse macht, als es eigentlich mit mehr Einrichtung wäre, ist absurd. Ja, nee, großartig. Wirklich großartig. Übrigens, ich habe gerade durch die Fotos durchgeklickt und es gibt tatsächlich ein polnisches Poster, in der die deutsche Familie das eine Poster nachstellt. Hä? What? Ich dachte, es wäre die deutsche Familie, die dann vorkommt. Das macht überhaupt... Also das Poster macht überhaupt... Hä? Why? Es ist halt einfach... Nee, es ist das eine Poster da, in der in der Tür steht, der Sohn in der Tür steht. Okay, aber warum macht man das zum Poster? Verstehe ich nicht. Ich verstehe es auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall... Es ist der deutsche. Der deutsche Vater, der kurz... Den man ganz kurz von weitem sieht. Übrigens ein sehr guter Gag. Ja. Aber über den wir nicht weiterreden sollten. Okay. Also, ja, genau. Jetzt haben wir viel drum herum geredet. Was ich noch sagen wollte, war, es tut mir leid, falls man im Hintergrund bei mir gerade Baustellengeräusche hört. Das wird in den nächsten paar Reviews und Aufnahmen noch so sein. Bei uns wird gerade die U-Bahn neu gemacht. Die Gleise werden komplett neu gemacht. Und auch das Gleisbett wird irgendwie neu ausgegossen. Oder was, wie auch immer man dazu sagt. Ja, es ist gerade viel hier machen. Ich kann wenig schlafen, weil es mich immer wieder aufweckt. Ja, und ich kann auch die Geräusche leider nicht aussperren. Also, falls man es im Hintergrund hört, tut es mir leid. Du Armbar Mensch. Ja. Dafür haben wir dann hinterher eine U-Bahn, die bestimmt umso besser läuft. Im Versuchswert. Okay. So viel würde ich mal sagen zu Parasite, Giseng, Chung, wie auch immer. Und lasst uns wissen, wie ihr den Film fandet. Und die anderen Filme, die wir besprochen haben. Facebook, Twitter, Instagram, planetfilmgeek at gmail.com. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin. Bis dann. Tschüss.